hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video heute mal aus einer etwas anderen an sich leute war ich heute zeigen wir überhaupt mal ins griefer games forum kommt wie es funktioniert ihr googelt einfach erst mal griefer games forum und ja da das letzte tutorial dazu jetzt auch schon ein bisschen her ist wollte ich das einfach mal erneuern weil sich seitdem etwas ein bisschen was geändert hat es gibt seit dem filter womit man was auswählen kann und so und außerdem generell griefer games forum wissen nicht viele leute aber das ist eigentlich der beste spot zum handeln wirklich wenn du für games richtig betreiben willst geh ins forum kriegst gute preise und es geben wirklich viele leute dort nicht also wer sich die mühe macht um forum beitrag zu erstellen der skammt ja willkommen und wenn da wirklich mal jemand skammt ja dann steht das irgendwo dann steht das unter seiner ganzen pinwand ich werde euch heute zeigen wie wo man das sehen kann obwohl ihr aufträge selber annehmen könnt wo er was reinstellen könnt wo in den preisentwicklung nachgucken wo events reinstecken wo das gamer melden könnt und die ganze andere kacke leute alles mögliche ihr braucht natürlich zuerst mein biefer games account wie ihr oben seht erst mal zur erklärung falls ihr irgendwo unter einen beitrag schreibt bekommt ihr erst mal eine benachrichtung wie ihr seht ich habe jetzt schon einige sind unter ein paar letzte themen die ich geschrieben habe weil ich bin auch recht aktiv was das angeht und schreibt immer unter beiträge falls ich irgendwas kaufen will etc kann man eigentlich auch immer recht gute geschäfte machen als nächstes hier habt ihr zum beispiel wenn euch jemand persönlich anschreibt sie das ihr könnt es auch mit anderen machen wie ihr seht habe ich noch nicht so viele ist ein bisschen jetzt her freunde wie ihr sehen könnt könnt ihr auch enden und ihr könnt nach anderen leuten zum beispiel wenn jemand ingame mr pro 1 2 3 heißt könnte den hier suchen guck aber den hat und könnte ihn als freund zum beispiel so dann kommen wir jetzt erst mal zum ersten wegen richtigen punkt würde ich sagen für alle leute die sich bewerben wollen ihr seht ihr hier auch bewerbungsphase offen ist oder nicht im moment ist nur designer und developer offen ist halt im moment wirklich immer offen ja wie ihr seht die bewerbungen sind ja auch privat also wenn ihr das da hinschickt denn wird das nicht irgendwie jedem gezeigt so als nächstes wo haben aus den spielerwarnung spielerwarnung entballungs anträge könnt ihr hier auch stellen falls irgendwie ihr gebannt wurde denkt es ist unrecht könnt ihr nachgucken oder falls ihr denkt ihr fordert gewandt es ist nicht so recht aber wir wissen nicht aus welchem grund steht das auch nochmal da steht aber eigentlich auch beim wandeln da so das beste was ich hier finde ist erstmal beschwert über spieler also das ist eher mehr so für beleidigung oder für wirklich richtiges hardcore scamming oder für andere vergehen die sie haben wenn sie bots benutzen etc und das hier ist noch privat aber das hier ist der öffentliche scammer bereich wie ihr seht hier stellen auch leute wie sie kippt was rein ist recht bekannt glaube ich sie kippt scammt um zehn millionen ok eigentlich ist es ja ist sie eigentlich immer recht scammfrei gewesen ich wüsste jetzt nicht dass die scammt und wie ihr seht da schreiben auch einige leute drunter wenn ihr jetzt hier was rein stellt es sollte halt ein recht hoher beitrag sein wir können auch mal ganz kurz gucken wie man das einfach erstellt man erstellt jetzt zum beispiel hier ist ein titel eingeben denn hast um was ja gescannt wurde der beschuldigte was er enorm gemacht hat und die nachrichten welche city wird ist vielleicht noch war und was es sich genau handelt generell diese ganzen funktionen sind erst noch nicht so lange drin deswegen nicht wundern warum ich mich damit vielleicht auch nicht auch noch nicht so gut auskennen als nächstes kommen wir zum handelsbereich was eigentlich für die meisten spieler das interessanteste sein dürfte wir gehen jetzt erst mal auf ich suche zum beispiel ich suche ist sowas wenn ihr zum beispiel nidika adventsköpfe sucht oder baumaterial könnt ihr das hier könnt ihr hier einen auftrag erstellen schreibt ihr zum beispiel hin ich will das auf city wird zwei haben schätze ich jetzt mal sind materialien nehmt die materialien und hier könnt ihr halt hinschreiben ob das offen reserviert ist heißt ihr nehmt schon an die boote an aber es ist eigentlich für jemand anderen verkauft gekauft heißt meistens ja wenn die leute das so umändern das meistens teilweise was sie kauft ist aber meist heißt es ist alles gekauft ist so und hier könnt ihr hinschreiben was ihr genau sucht wie viel davon sucht was ihr dafür bezahlen würdet aber meistens ist so dass ihr auch eigentlich recht gute preise bekommt im moment stimmt ja gewährwert nicht so ganz überein mit den ganzen dingen deswegen also nicht wundern falls ihr hier mal auch ein bisschen niedriger als gewährwert bekommt und dann hier halt den titel so das ist für mich gar nicht so interessant muss ich ganz ehrlich sagen weil ich bin selten auf ich suche wenn schreibe ich selber unter beiträgen mache nichts macht das nicht selber so und falls sachen hier verkaufen wollt das könnt ihr nämlich auch hier machen gibt es links gibt es oben rechts den filter und dann könnt ihr hier zum beispiel sagen grundstücke ich würde euch immer empfehlen letzten 24 stunden das sind immer die aktuellsten aufträge weil letzten 365 tage bringt euch ja nichts ihr wollt ja jetzt was verkaufen und wenn ihr ein grundstück habt sagt man mal japan vierer merch und es ist auf city will 2 und ihr wollt das schnell verkaufen und da sucht jetzt jemanden vierer mann hier zum beispiel ist ein 40er match gesucht ja von jemanden auf city will 2 sagen mal ihr hättet jetzt ein 40er match könnt ihr das zum beispiel an den typ verkaufen so ich werde euch später auch noch zeigen wie ihr die herausfinden auf welchem city will die spielen weil wie alt vielleicht auch die spiele sind und ob die wirklich richtig scanfrei sind aber die meisten die im forum sind sind eigentlich scanfrei bis auf ein paar einzelne ausnahmen das wird dann aber meistens wenn die unter dem beitrag schreiben wird es dann halt meistens drunter geschrieben weil die forum leute muss man sagen die da drin sind das sind schon spieler die halt schon seit drei Jahren oder so spielen für mich ist der bereich ich biete eigentlich immer am besten weil hier kaufe ich meine dinge macht meistens mein handels ding und verkaufe auch meine materialien falls ich etwas geformt habe gefahren habe hier ist zum beispiel der filter benutzt immer den filter leute weil der hilft wirklich ungemein zum beispiel sagen wir ich suche jetzt admin items ja die sollen auf city will 2 sein und so direkt verkauft sein und soll offen sein das könnt ihr ja alles einstellen da gibt es auch noch verkauft reserviert da gibt es ja noch versteigerung gebote sammeln ist einfach nur könnt ihr hier im beitrag erstellen und gucken wie viel das teil zum beispiel welt wert ist und grundstück und so und dann hat noch verschiedenste die wisse gibt es auch hardcore skyblock und ist die ganze andere kacke so gucken wir jetzt mal letzte 24 stunden war zum beispiel meister jäger admin item skp muss ich euch ganz ehrlich auch meine witzige story erzählen ich habe den damals für 180k verkauft habe den für 320 verkauft und dann ist das teil gestiegen das ist wirklich immer so wenn ich sachen verkaufen gehe also ich habe keine ahnung warum das ist immer wenn ich sachen verkaufe sind die am nächsten tag für 10k mehrwert sondern wie ihr seht wir werden dann immer geboten geboten aber ich glaube zum skp wird das hier nicht verkauft das war doch schon gut dass ich den für 320 verkauft habe falls ihr nicht wisst was ein meister jäger ist meister jäger ist ein admin item was man damals 2009 von abgebekommen hat wenn man entweder ihn oder einer seiner teamler gefunden hat dann hat man so einen gutschein bekommen dann konnte man das einlösen dann hat man das vom server bekommen davon gibt es auch gar nicht so viele ich glaube insgesamt vielleicht 200 stücke oder so so aber was jetzt hier wirklich noch mal interessant ist was auch denke ich mal für die meisten cool ist ist einfach mit den grundstücken ich würde euch sagen nehmt einfach grundstücke wirklich wenn ihr mit grundstücken handeln wollt alle server würde ich sagen dann macht ihr keine auswahl macht immer auch keine auswahl rein mache ich auch immer ungefähr so und dann gucke ich was halt für grundstücke reingestellt wurden die letzten 24 stunden hier kann jetzt irgendwas nicht stimmen wartet mal leute wir machen noch mal auf ich biete für die letzte grund letzten 24 stunden ja das stimmt schon eher ihr seht hier wird zum beispiel ein gs gerade mit 44 sporn verkauft also hier gibt es auch wirklich trades in millionen werden aber auch zum beispiel ein 3er match verkauft gut das ist jetzt ist ein sporn gs ja das ist vielleicht nicht so gutes beispiel aber wir werden auch 16er match zum beispiel verkauft die leer sind und die auf einem bestimmten city wird liegen wo ihr haben wollt also man kann hier wirklich schon einiges auswählen aber falls ich würde euch ja beraten wenn ihr wirklich was unbedingt haben wollt müsst ihr den spieler direkt in game anschreiben oder per levy mode oder per sonstwas enden und wie ihr das jetzt finden könnt ist ganz leicht geht jetzt ihr seht jetzt hier der ball trage sind ein paar leute drin so es wird auch immer angezeigt ob der spieler gerade im forum online steht halt hier er geht einfach hier drauf auf den namen so und dann wird euch hier schon angezeigt seine pinnwand pinnwand heißt darunter können wir könnt ihr zum beispiel kommentieren wenn ein guter trade war falls ihr den trade gemacht hat als mm oder falls euch jemand first gegeben hat lasst euch immer unter der pinnwand schreiben ihr seid scanfrei hilft euch ungemein sage ich so wie es ist und dann steht hierbei über mich steht zum beispiel bei den meisten spielern teamspeak name ist anscheinend am teamspeak aktiv wie alt die sind also wo die herkommen und wo man die zum beispiel erreichen kann citybill 1 supreme da wüsste ich hier zum beispiel ich muss auf citybill 1 gehen und schreibt den halt per msg an weil die leute wenn du im forum bietet halten sich nicht immer dran und sagen dann auf einmal geschlossen wurde schon gekauft vielleicht am ende für viel weniger geld haben sie verkauft also falls ihr wirklich immer was ein forum stellt wartet ab wie viele gebote ihr bekommt setzt zum beispiel eine versteigerung bis zum ersten an und wartet wie viel geld ihr bekommt so jetzt kommen auch zum letzten teil des forums mit dem rest könnt ihr euch selber auseinandersetzen das sind eigentlich für mich die wichtigsten teile wie man jetzt auch noch zum handelsregister kommt falls ihr im forum in einer komplett anderen ansicht zeit aber hier oben die leistung geht einfach auf forum ungelesene beiträge und dann geht ihr auf griefer games forum hier oben und dann kommt ihr auch wieder in diese ansicht hier rein so der news teil ist der wichtigste weil danach könnt ihr zum beispiel auch items kaufen wenn jetzt sagt einer es kommen neue kisten items rein heißt es fliegen andere kisten items raus die werden in dem sprechenden erwärts und dann würde ich dir in dem tag zum beispiel noch einkaufen hier ist zum beispiel dieser community talk angekündigt worden der arm war der am 11 12 war es jetzt auch schon näher zur weile her und da wurde zum beispiel gesprochen über das mit den karten dass dass man jetzt mehr karten aufhängen kann oder dass die das hoch machen wollen ich hoffe euch hat dieses kleine video gefallen und übrigens nicht wundern warum ich hier so viele tabs offen habe ich habe auch keine ahnung warum das ist ich habe es einfach fragt euch nicht wenn es euch gefallen hat gerne abo da lassen bis zum nächsten mal tschau